Unzureichende Mittel ist natürlich nicht so schön, aber ich habe auch meine Sammler verloren, glaube ich, ne? Machen wir noch einen davon, vorsichtshalber. Ja, ich habe ja noch genug, also Tiberium, daran scheitert es nicht. Hiya, Monkey! Ach, moin, du Schnee. Alles gut bei dir. Ich kann leider nicht so oft auf den Chat, weil ich habe vergessen, das Pad zu laden, auf dem ich den Chat habe. Deswegen steht das an einer sehr blöden Position eigentlich, ich kann es ja leider nicht ändern. Warum meldet man sich für eine Liga an? Versteht ich noch, dass man dabei ist und spielt kein Spiel? Äh, du, wenn ich das verstehen würde, ne? Es wird, äh, ich würde es dir sagen, ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Also, ich kann es dir leider echt nicht sagen, keine Ahnung. Ich glaube, das ist da schneller. Äh, ja, ihr könnt landen, ich brauche euch ja gerade nicht. Ah, sehr schön. So. Ach, der Sammler, die Sammler hier, die hier werden angegriffen. Ähm, könnt ihr bitte, bevor ihr das abgebt, einmal kurz da hinfahren, damit ihr repariert werdet, damit ich euch nicht so blöd verliere? Das wäre blöd, danke. Ähm, dich einmal reparieren, das ist sinnvoll. Also, ich will nicht gemein sein, aber so kann es von mir aus weitergehen. Damit wäre ich einverstanden. Sammler verloren, welchen Sammler habe ich denn jetzt verloren? Ach, hier oben den wahrscheinlich ein, ja? Ausbildung, feindliche Einheiten in Sicht. Funktionieren die Luftfilter? Ja, fahr zurück, ich brauche das Geld von dir. Ja, bo-bo-bo-I need the money. Vielleicht darf man noch einen nehmen. Einheit wird angegriffen, Bau abgeschlossen. So. Wird gebaut. Ich baue direkt noch einen davon, damit ich das hier noch schützen kann. Ich würde behaupten, das sieht ganz gut aus bis jetzt. Tatsache, komischerweise. Überraschenderweise. Höh. Fahr zurück. Fahr zurück, 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 fahr zurück. So muss ich euch dann ja doch nicht opfern. Ich opfer, ich opfer euch ja schon ganz gerne, aber so krass muss ich euch dann doch nicht opfern. Warum, hab ich nicht gesagt, du sollst da warten? Lade bereit. Zurück. Ja, Sir. Ihr müsst zuhören, was ihr machen sollt, damit es funktioniert. Hört zu, was ihr tun sollt und alles ist gut. Unsere Basis wird angegriffen. Wird gebaut. Oh, nicht so schlimm. So ist sie auch. In Sicht. Bau abgeschossen. Sammler wird angegriffen. Boah, das ist verdammt nochmal eine Hektik hier, ey. Kannst du bitte hier unten sammeln? Das ist mir irgendwie... Finde ich das schöner. Danke. Unsere Basis wird angegriffen. Funktionieren die Luftfilter? Na, na, nee, warte mal. Das ist... Es läuft zu gut, um ganz neu zu laden. Jetzt haben wir sie. Ja, Sir. Kieren unsere Basis zurück. Die sind aber auch hartnäckig hier, ey. Sammler wird angegriffen. Okay, hier habe ich noch keine Verteidigung. Das ist natürlich doof. Systeme bereit. Ionen-Kanone bereit. Unsere Basis wird angegriffen. Ionen-Kanone bereit. Das höre ich doch gerne. Speichern wir mal ab. Jetzt ist die Frage, wofür benutze ich die Ionen-Kanone, ne? Bau abgeschossen. Jetzt ist die Frage, wofür benutze ich die Ionen-Kanone? Wir sind startklar. Oh, hi. Komplett ignoriert hier. Ah, ich habe die Schiffe zu lang ignoriert. Ich habe vielleicht doch einen Grund neu zu laden. Ja, gut. Morgen, Passi. Oh, ich sollte auch auf Ja drücken, ne? Ich wundere mich, warum nichts passiert. Unschön. Dass ich auf die Verteidigung hier... Was habe ich denn jetzt geladen für den Spielstand? Äh... Kommander, wir konnten die Aktivitäten in der Kommandozentrale der Invasoren aufbauen. Dabei handelt es sich wohl um die Öffnung eines Dimensionsportals. Vermutlich um eine große Waffe abzufeuern. Sie müssen das Gebäude ausschalten, falls wir recht haben. Wenn ihr noch vier Minuten... Oh, hoffentlich warten die lang genug eher. Naja, wohl ein bisschen Zeit muss mir das Spiel ja geben, bis ich das hinkriege, gell? Ja, sieht fast so aus, als hätten sie sie ausgegraben. Hey, was ist das? Da im Zentrum der Grube! Ein klumpenblaues Tiberium. Gigantisch! Also ich meine, das Spiel muss mir ja die Möglichkeit geben, das Bonus-Ziel zu erreichen, oder? Also eigentlich... Ja, ich muss hier gerade erst meine Basis verteidigen. Sonst ist das... Ist das das erste Bonus-Ziel, was ich... Ist das das erste Bonus-Ziel, was ich nicht erreichen kann? Ja, wenn die das so schnell einsetzen, kann ich doch sowieso nichts tun. Ich werde das jetzt nicht neu laden. Ist dann jetzt halt so, dann habe ich das Bonus-Ziel halt nicht erreicht. Ich kann es nicht ändern. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Schneller... Ich weiß es nicht. Obwohl... Ich weiß, wie ich es machen muss. Ich weiß, wie ich es machen muss. Ich muss es irgendwie aushalten. Nicht neu zu laden. Ich glaube, dass dieses Event getriggert wird, wenn ich das Game neu lade. Das heißt... Vom Prinzip her, wenn ich es einfach lange genug aushalte, bis meine Ionen-Kanone fertig ist. Okay, nächster Test hier. Kann ja nur... Ups. War das klug da? Ja, das war klug da. Ich sag, das war klug da. Ich meine, das kann ja nur schief gehen, ne? Gebäude verkauft. Gebäude verkauft. Bau abgeschlossen. Gebäude verkauft. Machen wir mal ein bisschen mehr Startkapital. Neue Bauoptionen. Äh. Ausbildung. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Einheit. Aliens im Anflug. Holt diese Biester vom Himmel. Unterbrochen. Abgebrochen. So. Unsere Basis wird angegriffen. Äh, probieren wir es mal so. Ich meine, irgendwie muss es ja klappen. Aus dem Speriumfeld. Na, oh, nur Knechte anschreiben. Ich würde ja sagen, naja, los hier, ich melde mich mal. Ich würde auch mal mitmachen, aber nee. Das ist nicht meine Welt. Aus dem Speriumfeld. Sonder wird angegriffen. Was sehen Sie? Das ist nicht meine Welt. So. Bau ich direkt das. Ohne wenn und ohne, aber das muss klappen. Also ich probiere jetzt ein bisschen zu tricksen. In gewisser Art und Weise. Ja, aber. Soll ja eigentlich keinen stören, oder? So ein bisschen werden das meine Leute wohl aushalten. Hoffe ich. Aber wenn nicht, haben sie halt Pech gehabt, ne? Feindliche Einheiten in sich. Unsere Basis wird angegriffen. Bau abgeschlossen. So, und den bauen wir wieder nach da hinten. Und euch vier brauche ich definitiv wegen Flugeinheiten. Mobiles Baufahrzeug ist einsatzbereit. Unzureichende Mittel. Positiv. Bau abgeschlossen. So. Abspeichern lohnt sich nicht. Weil. Sobald ich lade, dieses Event getriggert wird. Also mit anderen Worten, ich muss es nur irgendwie aushalten. Bis das alles passt. Bau abgeschlossen. Einheit verloren. Wird gebaut. Einheit gefördert. Einheit wird angegriffen. Ja, ich weiß. Das Flugzeug, ich hab das ja jetzt alles ein bisschen nach hinten verschoben. Bau abgeschlossen. Ich werde jetzt leider ein paar Einheiten opfern müssen. Warten auf Einsatzbefehl. Bau abgeschlossen. Roger. So, und jetzt muss das klappen. Unsere Basis wird angegriffen. Feindliche Einträge. Wir brechen ab. Zurück. Du darfst nicht zerstört werden. Du darfst nicht, du darfst, du musst es überleben. Jawohl. Bau abgeschlossen. So. Feindliches Kommando entdeckt. Ja, super. Schön für das feindliche Kommando. Unzureichende Mittel. Bringt mir halt nur nix, ne? Feierhawk. Feierhawk unter. Ich muss die verkackten Flugeinheiten loswerden. Unzure Basis wird angegriffen. Leere mich zielen. Zurück zur Basis. Einheit wird angegriffen. Sammler wird angegriffen. Alles klar. In Sicht, Feierhawk. Das sieht vielleicht jetzt schlecht aus, aber es geht halt sogar eigentlich, Tatsache. Das sieht aus, Tatsache. Unzure Basis wird angegriffen. Wird sie die Leere. Einheit wird angegriffen. Zurück zur Basis. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. So. Wird gebaut. Wird gebaut. Sammler wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Ja, kann ich gerade nicht ändern. Tut mir leid, Sammler. So. Unzureichende Mittel. Wenn ich einen Sammler verliere, ist das nicht so schlimm. Ich habe noch genug andere. Abgeschlossen. Ich sollte nur nicht mehr als einen verlieren. Nein! Ah, den wollte ich doch gar nicht da platzieren. Sammler wird angegriffen. Vorsicht mit dem Zeug. Bau abgeschlossen. Lade bereit. Erntevorgang läuft. Los geht's. Das war nicht so wie geplant. Das war nicht so wie geplant. Noch Einsatzbefehl. Bau abgeschlossen. Lade bereit. Bringen wir es hinter uns. Oh, bitte da hin. Egal, wann läuft schon was nach Plan in diesem Spiel bei mir? Also seien wir ehrlich. Ich glaube, ich habe in diesem Spiel noch nichts gehabt, noch keine Mission gehabt, die komplett so verlaufen ist, wie ich sie hätte brauchen. Das lasse ich mal blinkern. So. Ist hier irgendwo ein Chip, was angreift? Nein, gut. Einheit verloren. Ja, Einheit verloren. Da, wo du gerade stehst, wirst du gebraucht, du Otto. Verlieren wir keine Zeit. Luke geschlossen? Beginnen mit Ernte. Ja, Sir. Wir kümmern uns darum. So, aber davon dann doch noch eine mehr platzieren. Wird auf jeden Fall nicht schaden. Machen wir noch ein bisschen, dass unsere Kraftwerke hier vielleicht... Habe ich zwei Kraftwerke gebaut? Ne, eins reicht auf jeden Fall. So. Ja. Jetzt beschütze ich mal meine Sammler ein bisschen. Und jetzt muss ich hoffen, dass das einfach klappt, so wie ich das jetzt geplant habe. So. Zurück. Ich habe... Sammler wird angegriffen. Ja, Sammler wird angegriffen. Ist ja schön und gut. Ich muss irgendwie noch eine Minute 34 rumkriegen. Komm, das schaffe ich. Ach, verdammt. Zu spät gesehen. Nein, nein. Nein. Hört mal bitte. Ruhig auf Tiberium zu ernten. Das ist alles okay. Ich brauche gerade kein Geld. Auch mal komisch zu sagen. Nein, ich brauche kein Geld. Ich brauche gerade kein Geld. Ich will das nicht. Nein. Geht weg mit eurem Geld. Ja, das ist nicht schlimm, dass mein Sammler angegriffen wird. Das ist okay. So. Das habe ich realisiert, dass sie jetzt von hier gerade kommen. Das ist aber nicht so schlimm. Hier ist in Anführungsstrichen nichts, was sie nicht kaputt machen können. Das ist okay. Einheit verloren. So, jetzt macht ihr das noch kaputt. So. Jetzt die Schiffe noch kaputt bekommen. Und dann sieht das doch eigentlich ganz gut aus, oder? Die brauchen nicht alles. Das ist gut. So. Dann speichern wir doch mal ab. Mal gucken, was sie machen, ja? Irgendwas müssen sie ja machen jetzt. Die haben meine Kanonen ziemlich kaputt gemacht. Das gefällt mir jetzt nicht. Das gefällt mir jetzt nicht. Jetzt könnten die hier wieder aktiv werden. Alle. Verteidigung brauche ich ja trotzdem irgendwie, ne? Zumindest so ein bisschen. Und die haben mich jetzt ziemlich kaputt machen lassen, aber es ist nicht so schlimm. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Zurück zur Basis. Unsere Basis wird angegriffen. Wird repariert. So. Wird gebaut. Und jetzt wird es Zeit zurückzuschlagen. Ich muss nur irgendwie diesen Angriff überleben, deshalb lade ich jetzt mal noch nicht neu. Einheit befördert. Zurück zur Basis. Den Angriff muss ich irgendwie überleben. So, jetzt brauche ich irgendwie wieder ein bisschen Geld. Ein bisschen zumindest. Nicht unendlich viel, aber ein bisschen. So, jetzt spare ich euch nochmal ab. Weil jetzt könnte ich rein theoretisch etwas machen. Chapeau an die beiden Einheiten, die da übrigens noch so alleine kämpfen. Das muss man erstmal hinbekommen. So, das ist gleich fertig. Das heißt, meine Verteidigung steht gleich wieder alles gut. Sange wird angegriffen. Ja, kennt man. Dass man mit... Erntevorgang läuft. Einheit wird angegriffen. Alles klar. Sange wird angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Jetzt brauche ich Geld. Jetzt wäre Money nicht schlecht. Money, Money, Money. Einen davon noch da hinten platzieren. Das ist natürlich jetzt ganz scheiße, wenn meine zurückbrauche ich. Ich brauche dein Geld. Ich brauche das, was du hast. Ich brauche das, was du hast. Ich brauche dein Tiberium. So. Zurück. Einheit wird angegriffen. Sammler verloren. Vorsicht mit dem Zeug. Einsatzbefehl. Dann mal los. Fahren wir los. Die Basis wird angegriffen. Feindliche Einheiten in sich. Rick bereit. Jawohl. Okay, die Situation ist schwerer als gedacht. Einheit wird angegriffen. Sammler wird angegriffen. Weil ich halt jetzt sehr wenig Geld habe nur. Das würde mich kaputt machen. Also laden wir neu. Ich glaube, ich habe Spielstand 8 war das, ne? Ich glaube, Spielstand 8 war das. Boah, ist das eine stressige Mission? Warum ist die so krass stressig? Obwohl, wenn das so ist, ist das glaube ich ganz okay. Einheit wird angegriffen. Initialisiere Videoabling. Was? Kommander, wir konnten die Aktivitäten in der Kommandozentrale der Invasoren ordnen. Dabei handelt es sich wohl um die Öffnung eines Dimensionsportals. Vermutlich um eine große Waffe abzufeuern. Sie müssen das Gebäude ausschalten, falls wir recht haben. Unsere Satelliten haben eine massive Inhalte. Wir sind hier. Macht die Luken dicht, das wird ziemlich heftig. Das klappt auf jeden Fall. Also ganz verkehrt ist es nicht.